Gänsefleisch aufstehen? Was für eine Gans? Ich brauche einen Arzt. Sie brauchen einen aus dem Harz? Ich bin aber Sachse. Nein! Ach, ich komme aus dem Sachsen. Dann ist bei Ihnen alles gut. Mein Armschmerz. Das ist keine Zeit für einen Scherz. Sie sind verletzt? Schmerz, nicht Scherz. Ich brauche mein Handy. Kein Problem. Ich höre mal eben die Mandy. Hä? Was ist denn hier los? Was hast du gemacht, Peterle? Der ist mir einfach vor das Auto gelaufen. Können Sie mir bitte einen Krankenwagen rufen? Aber sicher doch. Peterle, gib mal das Telefon. Ja. Rotruf Zentrale Bremen. Was ist Ihr Problem?